so laute willkommen wieder zu einem neuen video und heute also was heißt neuen video sondern fortsetzung von asphalt legends ich habe ein bisschen das was geändert das heißt ich nehme das jetzt mit webcam auf mikrofon mit stereo webcam weil mit dem anderen mikrofon da müsste ich das was einstellen und das war mir einfach zu blöd ja das ist halt so eine sache mit dem yeti x das hätten die ja auch eigentlich optimieren sondern war auch egal meine brille fällt mir runter ich muss mir neues neuen bügel kaufen morgen für meine brille ja und ja ja wieder verbindungsprobleme ist auch ganz normal und ihr seht ja auf jeden fall diese leiste ist diese cpu wärme die ist wichtig halt ich habe meine cpu ok ich spiaten zu mal und dann geben wir meine mission immer so ein bisschen sofort das ist was geiler dran ihr müsst nicht spielsüchtig sein sondern ihr könnt ganz normal zocken an microsoft habe ich auch konto habe ich jetzt erfahren von microsoft selber aber ich habe da nichts also ich habe mich da nicht verbunden oder so so allgemein ja das kann man so lassen oder ja genau was ist das mp h k mh vernichtung für vernichtungskamera ja vernichtungskamera kann man deaktivieren ist ja geil braucht man nicht unbedingt und grandflix crash geist auch der irgendwie oder auf die geistellungen haben wir glaube ich alles ja da geht nichts mehr ne aber leider auch ok da geht noch irgendwas ja jetzt sind 20 genau es wurde mir gesagt es ruckelt und deswegen hat man mir empfohlen das mal das zu machen und habe ich das gemacht wunderbar alle wieder mal ich begrüße euch herzlich zu einem asphalt asphalt teil 4 video wir werden natürlich auch anderes spiel zocken ich muss mal schauen was ich dann noch rausnehmen und installiere games die ich mir vor millionen von jahren gekauft habe ich liebe es zu übertreiben nur zu bespitzen aber das ist meine leidenschaft vor allem wenn dann die leute so sauer sind ne du Arschloch so alt bist du gar nicht tötet ihn das machen wir jetzt genau da sind neue events einige events können wir gar nicht machen also mal schauen wie wir die machen können das können wir doch machen empfohlener rang 518 ja ich ich könnte ein buch geschrieben über eine nahtoderfahrung über eine vision und was ich alles erlebt habe und bin ich dabei was zu machen vielleicht verstehen dann die leute besser warum ist das so infinity naja genau ich gewinne das rennen ja ich habe mich an so vorbereitet ein bisschen gezockt aber auch nicht so viel also man hat mir erzählt ich darf nicht gegen die autos anstoßen aber ich sag mir ja super ja dann könnte man das schaffen ja ja aber man sieht schon ne an so einfach ist das doch nicht aber die kamera die hat mich echt gestört diese störungskamera die war unnötig fehler gemacht und dann sind wir ja das ist immer das gleiche bei mir jedes mal vergesse ich das ja also ihr dürft halt nicht mal ihr dürft halt nicht zu sehr naja ihr dürft nicht zu sehr euch anstoßen wie ihr seht aber sonst seid ihr nicht mehr ja vierter Mist ich habe keine ahnung wie oft ich da trainiert habe später ansehen das nervt mich sonst nervt mich ich habe ein feedback schon geschrieben gehabt aber mich nervt sowas ganz ehrlich mich nervt sowas ich will keine werbung aber anscheinend hat man diese werbung nicht wenn man geld zahlt tausende von euro spitz gesagt ne und ich so ja dann macht man eine bessere grafik und vielleicht ne das lernt sich nicht da ist die grafik einfach zu mies naja ich wollte euch ein auto ins spiel zeigen mit einer guten grafik aber dann ist mir aufgefallen problem ist mein prozessor und der neue prozessor der muss noch ein bisschen in fahrt kommen und dann dann wäre es dann was anderes aber so ist das natürlich nicht möglich das ist halt eben das problem man dürfte keine fehler machen wenn ihr fehler macht dann seid ihr dann seid ihr erledigt ne und das ist halt also ich habe ein feedback gegeben die tatsächlich an dem luft und ja die haben gesagt das ist halt so gemacht worden die machen das so damit das eben so ein kleines spielspaß besteht weil viele haben schon was gezockt länger wie ich oder so richtige profis und die profis für die ist das langweilig und empfing die halt immer die älteren teile zu zocken und nicht so naja die kai bei den händlern teilen ist aber echt doof ne hier ist ein bisschen das kann man nicht so vergleichen aber egal naja wie du kurz so sind der empfohlener rank übrigens der da drin steht der ist wirklich so auch gemeinsam gameloft ich schaue mal meine e-mails wo ich noch schriftliche schriftliche schreibenfunk den euch rausholen kann beim nächsten mal dann könnt ihr das dann lesen was die geschrieben haben ne ganz witzig aber diese da die sind nicht die kbm die anbauten euch ne sind da gut drauf die sind nur korrektet oder egal hier geht es noch glaub ich noch zeit und zerstörung die galerie die ist wirklich die ist für einen anfänger für ein hobby game nicht gut gemacht ein profi wird sich langweilen ich hab mal nicht mit der community umgehört bei profis und die profis die langweilen sich von den spiel also die halten auch nichts von asphalt die richtigen profis die kämpfen nur gegen menschen weil die bots die sind eben zu dumm die regen sich dann nur auf die profis ich weiß nicht warum man sich ein profi aufregt wenn ein bot zu dumm ist also ich würde mich freuen eigentlich umso leichter das geben ist umso mehr ist für mich dann der just for fun spielspass war das ist auch ganz wichtig ihr könnt tatsächlich hier auch fehler machen aber wenn ihr es richtig macht ich weiß noch ob ich es schaffe dann schau mal ob wir es hinkriegen ich glaube nicht dass wir es hinkriegen aber vielleicht ging das auch hin und schau also wenn man es richtig macht dann dann kriegt ihr es dann noch gerne eine Zeit hier ist jetzt nicht bestzeit aber egal ne aber man kann es schaffen immer unten müsst ihr da in der abbiegung weil die bots sind so programmiert dass sie immer nach rechts fahren in manchen levels in manchen fahren sie immer nach unten da müsst ihr halt immer aufpassen aber in dem moment wo ihr durch diesen zug so durch geht durch den durchgang da ist der trick dabei und dann so fahren die bots immer rechts so sind die halt programmiert und da muss man halt diesen trick anwenden in der weg heißt es strecke spielen box schauen wie die reagieren die kämpfen und dann ist so ein problem zu schaffen aber bei menschen könnte es knicken ich habe mit menschen bin ich also multiren gefahren da hat einer gesagt alter rüste mal ein wagen auf auf level eine million spitz gesagt weil keine chance menschen also das sind wirklich nur profis auch und so ne und ich bin da schon links raus viel zu alt könnte man sagen aber ne das ist einfach bin da nicht so gut in koordination und reflexen also es gefällt mir dass diese kamera man nicht sieht dass es da nicht so stört ne und hier könnt ihr also richtig so schön gerade durch ausfahren das heißt nicht dass es so perfekt jetzt funktioniert hat für mich weil das war ein fehler ich hab ein bisschen so jetzt schlecht bin ich gefahren abgewogen aber ich kann versuchen hier ein bisschen so mir das zu holen aber das ist so diese luft macht er überhaupt nicht und dann kann man so richtig schön absahnen und den ersten platz gewinnen das ist immer noch kein gewisses ergebnis ich habe heute gesehen die haben eine zeit von 20 und ich frage mich wie haben die das gemacht ne genau werbung habe ich mal gemacht früher ich verzichte drauf weil es dann ein bisschen schummeln ist für mich es ist im endeffekt cheaten weil wenn du wirklich sagst ich spiele hardcore level und du nimmst dir vor hardcore dann sagst du ja dann ist ja die werbung aber ein bisschen so schummeln du kriegst du ein bisschen durch die werbung so die erleichterung dass es dann einfacher ist und dann sage ich nee das wollen wir nicht dann noch richtig knall so richtig so schwer wie bei den früheren autoren spielen da wo du auch keine werbung hattest in den früheren zeiten und musstest halt wirklich mit wenig zurecht kommen und aus dem wenigen eine kunst erschaffen das das macht dich dann zu einem guten hobby gamer aus oder zu einem später auch guten spieler jetzt seht ihr ich habe jetzt 72 also 74 und wir müssen da aufpassen so ein riesengroßes problem momentan aber ja ich bin zum vr in meinem neuen prozessor um einzubauen mit mache ich das immer so bei der amd der der 8 6er fix der ist mir durch ja neue kühlung wechseln und zu grobe handhabung kann passieren kaputt ein bisschen kaputt gegangen so wie seine pin ist abgebrochen was heißt zur gruppe ich bin mit dem jetzt habe ich darauf nicht geachtet ich habe mit dem ITler gesprochen und der meinte naja es passiert ihm auch weil amd die alten prozessoren die waren noch ein bisschen so irgendwann war die man nicht so gut von den pins und zwar noch nicht so wie bei den heutigen amd's das ist ein bisschen stabiler ist nicht so schlimm und deswegen ist das passiert also hier werbung ne auch verzichten ganz klar weil das ist ne kunst man kriegt ja schon zu viel Unterstützung durch die werbung ohne werbung weiter zu kommen ist ne kunst naja ihr habt nur eine chance ihr könnt nur einmal was richtig machen nur einmal eine fehlendste Investition und ihr seid gefickt von 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 her erledigt ne jetzt hat er dieses touch wieder angemacht obwohl ich das nicht gemacht habe ich habe auf x gedrückt aber leider 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 dann seine bestellen gehen wir wieder da drauf und gut ist falls der sound jetzt ja immer noch häuptlich ist dann von sorry wollte liegt das halt wirklich an meinen prozessor der das nicht so richtig flüssig überträgt oder auch an meiner blöden normalen festplatte ah jetzt hab ich das gar nicht gesehen jetzt hab ich das gar nicht gesehen das war ein bisschen ja ich wusste es muss man mal warten ich hab gewusst shit mal später ich hab ja noch die möglichkeit später das zu machen also was mir gefällt ist du kannst es auch später machen du bist nicht gezwungen unbedingt jetzt auch wenn du Fehler machst ähm da ist da immer wieder zu zocken und so und das halt eben hast du bei Caban nicht Caban wenn du Pech hast und du bewegst den Gegner nicht dann musst du tausendmal den Gegner zocken und Trillionen Units ausgeben und Trillionen Euro und das hat selbst der Mike von Caban zugegeben das war lustig im Meeting und der auf der Jacks und naja was soll man dazu sagen wenn die selbst sogar zugeben ja es ist so und wir mussten das machen ja ja dann wisst ihr da kann das nicht mit rechten Dingen zugehen und bei Asphalt ist das coole dran und bei Gamehawk halt dass die Spiele schon so gemacht sind dass du dich verbessern kannst dass sie sagen ja ok hast du es nicht geschafft ey komm nicht Trübsal blasen sondern versuch's nochmal komm was packst du und alles wird gut und es ist halt nicht deprimierend und das macht halt das ist mal motiviert ähm ha ich hab's nicht gesehen ha scheiße schau mal auf den vierten oder das war ich hab' nicht die Wand Ich denke mir so, Scheiße, ich fahr so gegen die Wand und so, was ist das? Bin ich richtig? Geil. Scheiße, Alter. Gib dem Andi keinen Führerschein. Gib dem Andi kein Auto. Der fertig hat's. Er braucht nicht zu saugen und betrunken zu sein. Kommt in mir, ich bin nüchtern. Andi, komm, schlagen wir euch ein. Nein, wie fährst du? Ist das nicht ne Wand? Nein, das ist ein Spiegel. Nein, fall mir drauf. Bist du ganz sicher? Ja, ja. Boah. 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 Was machst du da? Sorry, Oli, Michi. Ich dachte wirklich, das wäre ein Spiegel. Nein. Oh, geil. Spät aufgehalten von der Polizei. Es tut mir leid, Kommissar. Herr Officer, es tut mir so leid. Aber ich hab die Leute nicht gesehen. Haben sie nicht gesehen, diese 2.000 Menschen, die sie umgebracht haben? Wirklich nicht. Ich hab's ja nicht gesehen. Also, die sieht so echt aus. Ha! Ah! Unschuldig wegen Unzurechnungsfähigkeit. Justiz. Er kann nichts dafür, dass er bescheuert ist und einfach nicht schnallt, dass das keine Geisterfahrer waren. Echte Menschen. Oh, geil. Ich bin mir sicher, Herr Vorsitzender, es war ein Geisterfahrer. Ich schwöre, ich schwöre, ich darf's doch nicht machen. Ne? Digga, meine Lebensweise. Aber ich tust trotzdem. Nein. Das ist ganz, ganz doof, ne? Ja, jetzt... Ah! Ha! Ha! Nein! Das ist so gemein! Oh Mann, das ist so gemein! Echt jetzt! Alter! Ja, da kannst du nicht gewinnen, wenn du so oft, so oft dir, äh, mit deinem Auto, äh, durch das Crashen, ja... Also, ohne Worte, ey. Da kann man nichts mehr sagen. Ha! Oh Mann! Oh Mann! Das nimmt dann jetzt noch die neuen Brille, die neuen Brille, die man dann vorhat zu kaufen. Oh nein! Sie brauchen keine neue Brille. Sie brauchen wirklich komplett alles neu. Ja. Aber entweder man sieht das, oder man sieht das nicht. Und epileptische Anfälle sind früher immer lustig gewesen, denn da hast du ein Problem. Der Ast zu Koordinationsfähigkeiten sind dann verloren gegangen. Und, ja, da ist man halt richtig am Arsch. So, dann müssen wir einfach mal schauen, was wir hier brauchen. Weil wir brauchen ja eigentlich nur einen Win-Win. Ähm... Machen wir noch Shanghai. Vielleicht kriegen wir das nochmal auf die Reihe. Ja. Ah, so ist das dich. Einfach das dich, ey. Und dann macht das Spiel Spaß. Dann ist das nicht frustrierend. Und das ist halt Asphalt. Und bei Caban, da ist das halt nicht so. Aber man kann es ja auch nicht den Leuten von Caban für übeln. Die fahren halt so in Politik. Und ich letztes Mal schon gesagt habe, da kannst du nur was sein, indem du weg aussteigst. Dann müssen wir noch mal schauen, was wir dann so jetzt machen. Und nicht gleich totgehen. Weil, das Problem ist, wie ihr seht. Ja. Ne, ich fahr mich mal wieder mal so hier richtig so schön ran. Und versuche da was zu machen. Aber es ist halt wirklich nicht einfach. Ah! Komm schon! Komm schon! Ja! Geil! Ich hab total vergessen, total vergessen, dass ich hier, äh, ich da ganz nach rechts aufbiegen muss, weil das war echt knapp. Ja! Ja, richtig! Eine brauchen wir noch! Verdammt! 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 Verflucht! Ja, man muss ja wirklich, äh, Driftmeter, okay wir brauchen einen Driftmeter, das schaffen wir. Das passt ja. Dann müssen wir nicht gewinnen. Also müssen wir uns erst platzieren und so. Coole Sache! Ja! Ha! Ha! So! Schau mal! 150 Meter, wenn er so in Wirklichkeit mit dem Kontrollen Auto fahren würde, alter! Meins sofort den Führerschein! Was? Du hast doch keinen Führerschein? Ne! Ha! Zu viel Schiss gehabt, umfällig zu machen, um den Fahrlehrer, äh, äh, umzubringen. Aus Versehen. Natürlich nicht mit Absicht, ne? Ist ja ganz klar. Das wär's doch, dass hat mein Kumpel einen richtig krassen, ähm, Sketch gemacht. Was war das? Ich könnte sagen, es ist ein Sketch gewesen, genau. Da meinte er zu mir, Andy, äh, weißt du was, das wär doch mal cool, wenn du im Panzer fahren würdest, sowieso, und dann würden sie dich erwischen. Dann würdest du aussteigen und dann würden sagen, ja, der hat kein Führerschein, wie hat er das geschafft? und der ist ja nicht zu rechnungsfähig und dann könnte er so, ah, okay, ich weiß, was du meinst, ne? Und, ähm, naja, äh, äh, ne, 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 ne. Ja, er macht so ein krasser Sketch. Es gibt, äh, 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 was in den Medien man sieht, das sind nur eine Standard-Hals-Sketche, von Leuten. Und, ähm, die Standard-Sketche sind halt eben langweilig und die sind nicht halt derb und hardcore. Ja. So. Und deswegen, ja. Deswegen, ähm, die Leute, was hier zum Beispiel über Sketche kommen, egal ob das jetzt Religionen sind oder politischen Themen, die sind alle nur auf die, auf die Masse, auf Politik-Correctness aufgebaut. Und Politik-Correctness kannst du in den Dreck werfen, weil das bringt nichts, weil, äh, Witze, dreckige Witze funktionieren halt eben nur, wenn es Politik-Uncorrectness ist, ne? Und deswegen haben die Leute gar nichts davon, durch die, äh, die tun sich halt selbst, ja, die tun sich halt selbst zensieren. Und Zensur bringt ja nichts. Ah, ich hab jetzt einen Stern richtig, jetzt, äh, der, der, der BMW ist jetzt aufgang, das ist mir jetzt auch aufgefallen, ne? Die dreckigen Witze sind wichtig, weil dadurch, ähm, wie im Rap entsteht halt, äh, eine andere Art von, ähm, Kommunikation, ne? Inwiegen die Rapper, die singen halt, äh, du Hurensohn, du Arschloch und so, ne? So, die Hardcore-Sprache. Aber es ist halt besser, wenn die das singen, als wenn sie, halt, wirklich zu Waffen greifen, wie früher die Gangs, das gemacht hat in Amerika, und Leute halt, um sich gegenseitig, äh, äh, abknallen. Und ich mein, davon drückt keiner was. Und es hängt so gut aus, dass es halt eben, das, in die Richtung geht, dass sie sich nicht, äh, abknallen. Also, wenn man schon mal was da los ist, und es nervt mich hier. Okay, und das da, was ist das? Ah, okay, verstehe. Ich hab's hier nochmal vergessen, diese... Ja, das macht... Das ist, weil diese Internet-Verbindung ist, und darum geht's. Okay, dann, was ist das hier nochmal? Oh, diese fucking Angebote, fickt euch ins Knie, ey, ich brauch diese Angebote nicht. So, so ein Kartenpaket, ah, okay. Ey, Leute, ich will zocken, ich will keine Angebote. Hallo, die, die müssen das echte ändern hier. Was ist das? Merke dir das Datum vor... Äh, verstanden, ja, ja. Nein! So, jetzt aber. Ja, es geht weiter, ja, und also. Ah, okay, Blaupause erhalten. Hm. Da geht's halt jetzt nicht weiter für uns, oder? Ah, okay, interessant. Oh, das ist schwierig. Da geht's für uns also im Endeffekt nicht mehr weiter. Okay, in Ahnung, woanders halt dann... Na, da seht ihr auch nicht, hier könnt ihr aber trotzdem frei wählen. Bei Kebaben, oder bei Model Comeback, oder bei solchen Kampfspielen, das ist das Problem, ihr könnt ja nicht frei wählen. Ja, ihr könnt den Schwierigkeitskanal nicht einstehen, oder ihr könnt nicht sagen, hey, mach, gebt ihr mal dafür weniger Wille und dafür kann ich das. Ähm, weil es gibt ja die aktuellen Missionen, es gibt die Nebenmissionen. Und bei den 33-Tage-Missionen, da hat man eine Schwierigkeitskanal wählen kann, aber bei diesen Standard-Missionen nicht. Ja, dann beblödelst du im Endeffekt. Und wenn du so Akt 7 hast, Akt 8, und du kannst das nicht leichter machen, und sagen, hey, Akt 7 spiele ich durch mit Easy, dafür kriege ich diese Belohnungen. Ich meine, hat ja Kebaben auch irgendwie geschafft. Mit allen anderen Missionen haben sie sich irgendwie hingeschränkt. Nur da gingen sie sich nicht so nah als Blödsinn. Einfach nur faune Ausreden. Und die kennen mich von den Entwicklern. Ich weiß, wie das ist. Das ist ein C-plus-plus-plus-plus-plus-C-Sharp-lernst. Da lernst du klipp und klar, wie die da ticken, politisch gesehen, wie alles aufgebaut ist. Die Matrix, wie alles programmiert ist, wie das alles funktioniert und es ist nur eine Lüge, dass die das nicht können. So. Sollen wir mal schauen, weil das hat eigentlich gar nicht so schlecht ausgeschaut. Die Politiker auch, sie reden Politik im Endeffekt, wollen euch auch mal Aufweis machen. Aber das geht nicht, das können wir nicht programmieren, können wir nicht machen, das ist zu komplizieren, alles Quatsch. Und wenn der Hersteller halt Fairness macht, und wer fair ist, dann habt ihr ein Problem als Hersteller, dann müsst ihr halt irgendwann das Geld drankommen. Und wirtschaftlich gesehen her lohnt es sich für euch dann nicht, weil ihr habt dann halt die, na gut, ihr habt dann halt die, statt halt die 10 Milliarden im Jahresumsatz, oder 10 Milliarden netto für euch, habt ihr halt eben etwas weniger. und es bringt halt nichts nein, ah das war ein bisschen zu krass. Ah das geht ganz... Ah ok jetzt verstehe ich das, es geht so schnell ok, nochmal, Reise... ok 360 Grad wenigstens sollte ich erfüllen. ja wo waren wir das bringt halt nichts wenn die gilig sein und dann sagt er zehn jahren reichen mich auch ich will die 20 haben dann müsste eine andere politik fahren und deswegen fährt körper diese politik mehr 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 weniger für die gamer und game läuft versucht also die mitte zu finden so wie jetzt superzell kriegen dann halt weniger mitarbeiter mit gleichbezahlt dann ändert sich jetzt nichts aber so ist doch dann muss dann der chef sagen ja okay jetzt habe ich schon zehn jahren fünf milliarden die hälfte und der andere und die das ist so recht kann die chef die geben damit ihre schwanzlänge an und dann geben die alle ich habe zehn milliarden ich habe fünf ich habe 20 und so ist also sowieso nicht ausgeben mit dem debb steve jobs konnte als der verreckte sowieso nichts mitnehmen also diesen ganzen staat und sowieso ist alles quatsch einzig was euch hilft ein status im bereich ist bei frauen da ist es halt so dass es die biologie frauen so mehr geld umso mehr kann ich euch dann wahrnehmen weil dann hat die halt ihre vorteile und dann kann sie halt eben leicht erleben passen und wissen was heißt was freundet schon wieder und deswegen für eine frau ist es immer so es ist logisch und biologisch und total mathematisch kalkuliert dass wenn eine frau ein mann nimmt der sehr viel geld hat da muss sie nicht arbeiten dann kann sie ganz normal ihr leben machen und kann sich auf andere dinge konzentrieren und ist stressfrei also total so meine augen die nächsten events und hat total so lockere das leben und da hat ja auch keine probleme mit familiengründung falls das im raum steht und ist alles sozusagen perfekt für die frau so okay das ist ja alles im endeffekt wo dann die frau sich sagt ja ich muss überlegen ich muss überlegen und wenn der mann so mehr wie bei dieter bohlen das auch bewiesen hat dass er so ist die der bohlen hat am besten bewiesen und sein geld im spiel ist dann ist auch die mal automatische liebe entstehen liebe quatsch der begriff an sich ist quatsch na weil es gibt einfach nur um geld meistens macht das nur eine rolle da muss jedem klar sein und das wollen die jetzt die die zu vier jahre für mich versuchen mit diesen ideologien vogue ideologien zu ändern aber das ist total blödsinn biologie kannst du nicht ändern deswegen zum beispiel autoführerschein hast du natürlich einfacher muss ja erst leisten können keine angst daran den führerschein zu machen ganz klar und nicht verrecken wenn das jetzt nicht nur ein besucht hätte dann wäre ich längst tot ne oh man na und deswegen wollen wir machen schon überlegen und nicht verrecken ja status ist halt richtig das ist halt biologie das nennen wir jungen als babys meistens im magen der mutter ist man auch ganz anders also man ist ganz anders und selbstbewusster und was die leute dann sagen kann einem egal sein weil die leute reden immer halt der ist gestört oder umbredet er so komisch und so und dann versuchen die leute irgendeiner ideologie zu folgen und ich so ja ist doch egal die leute über dich denken wichtig ist dass du dein ding machst und ich ist super wird letzter aber auch egal ich kenne die strecke nicht da habe ich nicht geübt muss ich ehrlich zugeben ok aber interessant auch wenn ich letzter werde ja wenn ich auch den ton gehabt machen wir erst dann wir werden halt darauf vorbereiten und so und es verlasst ja da wäre es vernünftig mal am anderen level zu zocken dann bin ich noch nicht so gut ich stand an der wucht ja das sieht schon mal besser aus ah fuck ich kann man es gibt es auch nicht oder ich brauche blaupausen na gut wo gehen wir hin ich will euch damit sagen einfach dass wenn die menschen wie jungen da erzogen werden und das betone ich in dem sinne wirklich weil das verstehen oft die leute falsch weil es im christentum und buddhisten und islam das einfach nicht auf diese art gibt dann ich hab ich kann es mir nicht leisten oder was boah ich check das jetzt ok das ist so ok ich hab da was falsch verwechselt ich hab doch nicht so viel um das zu kaufen ach fuck jo na egal dann ist das halt ne 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 warte ist das nicht ähm ich finds irgendwie funktioniert mit der maus nicht ähm äh control nicht so nochmal versuchen oh verdammt hier können wir nicht uns mal das andere machen naja da seht ihr schon Da sind die Grenzen und gewisse Sachen machen, damit wir weiterkommen. Sie sagen einfach, man ist da besser vorbereitet und wenn er nicht verkrampft, so wie die meisten das halt hier sind. Nur in Deutschland muss da wirklich aufpassen, durch den Luzifernismus. Und die SES wird er so umgedreht. Wenn du zum Beispiel dein Podcast und deinen Führerschein, dein Auto musst du nicht unbedingt haben. Das geht auch meistens und kannst auch ohne. Aber selbst wenn du Menschen kennenlernst, ob du jetzt Frau oder Mann, je nachdem auf welches Geschlecht du stehst, dann du die Person unvorbereitet oder du die Signale vielleicht deutest, falsch wie auch immer. Oder auch selbst wenn du alles richtig deutest, aber die Person kennst du immer noch nicht. Und sie könnte ja eine Vogue-Verrückte sein. Dann kann sein, dass du halt von dieser Person verklagt hast. Deswegen ist es immer am wichtigsten, mehr ganz vorsichtig dabei zu sein, da gewisse Bedingungen müssen erfüllt werden. Und die Leute irgendwann immer verrückter sind. Und dann muss man schon aufpassen. Ja. Und ich wusste es, ich verliere wieder. Aber egal. Ja, 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 ja. Ich wusste es. Ich kenne die Strecke einfach nicht. Und wenn man sie nicht kennt, dann ja. Und dieser Scheiße-Bescheiter-Autos. Ich wusste es. Ah, nee, oder? Man muss halt vorsichtig sein, wie ich euch damit sage, ne? Und so mehr du, deswegen, wenn du viel Geld hast, dann musst du nicht vorsichtig sein, wie Dieter Bohrner auch schon mal sehr gut in der Doku erklärt hat. Dann kann dir alles egal sein, weil du kannst ja Anwälte und kannst dir alles leisten, ne? Übrigens dieser Lindemann, ne? Der Lindemann zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Der hat halt eben genug Kohle und hat Pech gehabt, weil eine Frau gesagt hat, ja, weil du hast mich einfach so umgebracht, ne? Ich liebe Spitze, damit man das so ein bisschen besser versteht. Und dann war das halt nicht so. Und hätte jetzt keine guten Anwälte gehabt, wäre er gefickt gewesen. Und sein Leben wäre zu Ende gewesen. Also vorbei, aus, vorbei, ne? Und das hat ihm im Endeffekt, seine Anwälte haben ihm sein Leben im Endeffekt erledigt. Und eine gute Anwälte wäre erledigt gewesen, ne? Und warum ist es immer, immer wichtig aufzupassen? Wirklich aufzupassen, aufzupassen. Ja, nicht im heutigen Verglauben. Ne? Es gibt wirklich so Dates, Treffen, wo du denkst, ah, ist alles läuft gut. Und dann, ähm, die Person, äh, macht eine Anzeige auf dich und so, wo du nichts gemacht hast. Ja, wirklich. Es ist... Frauen halt eben, haben es klar viel einfacher in der Gesellschaft, weil sie, äh, in der Geschichte halt immer die, äh, Joker, die Joker-Karte, äh, benutzen kommen, ne? Das ist halt Biologie, ne? Ah! Verdammt! Und bei Männern ist es halt... Kommt noch wann, ne? Ah! Ah! Shit! Zu spät! Aber dann, sei denn du bist Brad Pitt, könnte man jetzt argumentieren, aber ganz ehrlich, nicht. Dann, wenn so ein Johnny-Deep Probleme hat mit Amber, dann hat das eine mit dem anderen nicht viel zu tun. Anders ging das auch nichts. Ja. Wir haben ja eine Schlacht geführt bis zum Gehtnichtmehr, dieser Johnny-Deep. Und kriegt jetzt nie wieder so richtig gute Rollen, hat man gesagt, ne? Also man hat den abgeschrieben, oder Hollywood, ne? Man soll da halt woanders hingehen, sag ich immer dazu. Der ist ja nicht, der ist ja nicht gebunden irgendwo jetzt, da was zu machen. Ich hätte sowieso nicht gewinnen, die Haarstriche, aber hier wieder einmal schneller läuft wenig, ne? Das ist aber gut gewesen. Ja, und mein Auto ist langsam. Weil die Box, die rüsten auf und ich mache auch, glaube ich, auch einige Fehler. Ah ja, wir haben auf jeden Fall eine krasse Schlacht geführt. So, hier kommen wir nicht weiter. Okay. Da müssen wir schon hier irgendwie was holen. Also recht, ne, ne, ne krasse, krasse Schlacht geführt. Ja, hier könnten wir weiterkommen. Jetzt schauen wir mal. So eine derbe, so, was haben die gesagt? Also die, die, und da ist auch die Amber sehr gut davongekommen, ne? Wenn Johnny Depp zum Beispiel, das Thema wieder im Unterschied zwischen Männer und Frauen, bei uns, der Johnny Depp richtig scheißwürdig gekommen ist und niemand mit ihm mehr in Hollywood arbeiten wollte, und er sehr viele Verträge gekündigt hat, hat die Amber keine Konsequenzen gehabt, ne? Und da sieht man halt, welche Macht die Frauen dann wirklich haben, ne? Und dann könnt ihr die ganzen Coach-Trainer, die mal schlecht geredet werden, könnt ihr auf jeden Fall abonnieren, wie Peter Flaben und viele andere, die ich jetzt nicht im Kopf hab, ne? Ja, den Maximilian und ich werde euch das bestätigen, ne? Da haben die der, ne? Ich könnte auch Coach-Trainer werden pro Million von Jahren, aber ich hab's nicht genutzt. Ich bin zu schlecht im, 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 im Fahren. Ja, man hat's mir immer wieder mal gesagt im Promotion-Alter, du könntest die Welt retten! Und ich so, ja, klar. Ich hab da kein Filter, ne? Ich hab, äh, mit meiner Chefin, äh, angeworben, und dann lief das am Anfang lustig und danach wurde ich gekickt. Ha! Ja, nein, dann hab ich auch weitergemacht. Ha! Ah, ich lieb das immer. Herausforderungen angenommen. Oh, geil. Weil wenn die Leute wütend sind. Weil die Frauen wütend sind. Weil Frauen wütend sind, sie sind ganz niedlich wie kleine Babys. Äh, 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 äh. Aber wenn Männer wütend sind, ist das auch ganz lustig, ne? Ich war ganz kurz, die Mann den Backen knoppen. Hey du Arschloch, was machst du da? Haha! Ihr seht schon, richtig crazy. Äh, das ist crazy. Ja. Aber es verwechseln manche Leute und denken, wenn man so ein bisschen crazy ist, wenn man schwach ist, dann versuchen Leute, eins zu mobben und dann sag ich, Alter, don't do it. Und dann werde ich, äh, äh, nicht mehr lustig, ne? Scheiße. Ganz knapp. Vielleicht schaffen wir das. Dann müssen wir jetzt üben, ne? Und weil ich halt ein Clown-Gesicht hab, ne? Denken die Leute, ah, der hat ein Clown-Gesicht, ich vergaste ihn und so, ne? Ich hab keine Ahnung, warum die Leute denken, wenn der wie Brad Pitt aussieht, wenn so ein Brad Pitt kommt, der ist super stark, der ist voll intelligent, aber wenn so einer kommt, wie der Michi, der dicke Michi oder der dicke Benni oder der Andy, der Clown-Gesicht, in der Clown-Fratze dann, den kann man schon umbringen. Die drei Leute kann man schon klären. Die sagen, Alter, was ist denn das für ne Logik, ne? Ha! So. Ja, so sind halt die Leute. Man siehst ja, die Leute zum Beispiel, zum Thema jetzt Hamas und Israel und den Koran, ich liess halt den Koran gerne und kann die Leute aufklären und sagt mal, Kumpel, sag mal der Ahmad, bitte macht das, weil das ist ja fürchterlich, wie die über Muslime reden. Und das ist doch einer der wenigen, der eine Ahnung hat. Und dann sag ich, ja, ganz ehrlich, ähm, das bringt nichts, weil die Leute selber lesen müssen. Das ist einfach so, wenn du das selbst liest, dann verstehst du etwas besser. Und wenn ich jetzt so eine Aufklärung starte, ähm, ist es sinnlos. Das ist wie, hier erklärt die Mathematik, ohne dass du die Matrix verstehen willst, sondern dass du Grund, äh, die Grundmechanik verstehen willst, Mathematik, wie ein Buch funktioniert, ne? Alles mal eben krass. Das heißt, du hast deinen Bruch oben, ähm, hast du fünf, ne? Und unten hast du, zum Beispiel, zehn. Also hast du fünf Zehntel. Und dann ist es ja ganz einfach, du hast ja von diesen, zehn Kuchenstücke, zum Beispiel, hast du halt eben, So. Fünf, fünf Stück, hast du halt erhalten. Warum auch immer, du hast ja fünf. Fertig. Und, ja, was musst du jetzt im Interfekt machen? Du musst da ganz einfach schauen, ob dieser Bruch, auf den unten, das ist also beim fünf Zehntel, ob der, auch der fünf Zehntel, ob der Nenner dementsprechend von diesem Bruch auch gleich ist von zwei, wenn du den, wenn da irgendeine Matheaufgabe ist, ach scheiße, oder eine Matheaufgabe ist, ähm, fünf Zehn, plus neun Zehn, äh, dann musst du sagen, ja, okay, gleicher Nenner unten, bleibt zehn, aber oben, ist plus, und, addierst du ganz normal, ne? Und wenn ich an das nicht dergleichen Nenner ist, dann muss man diese Mahanik erklären. Das ist wie den Koran lesen. Den Koran kannst du lesen, aber die Mahanik, wo du die, die Spiritualität nicht verstehst, dann, ähm, ja, dann kannst du das vorlesen. Na gut, vielleicht mach ich ja mal eine Aufklärung über den Koran, ja. Also viele Sachen werden halt nicht richtig, ähm, verstanden, ja. Ja, ja, die Leute einfach, den Kontext halt nicht, äh, den Kontext halt wirklich nicht, nicht lesen wollen, ja. Und nicht hören wollen. Menschen sind halt so, die wollen halt so, primitiv wie möglich sein. Die meisten Menschen wollen doof bleiben und fertig, ne? Weil dumm zu sein, oder unwissend zu sein, sagen wir es mal, äh, ist halt eben einfacher als, ein bisschen mit Denken, ne? Und das stimmt ja auch, ne? Ja, alle Menschen wollen Babys sein. Ja, alle Menschen, dazu gehöre ich auch, wollen einfach ein Knuddelkind sein. Wir wollen, ähm, wollen nicht, ah ok, jetzt war halt ein Fehler, ich muss nach links gehen, und nicht nach, ah ok, jetzt hab ich ein Fehler weg. Wir wollen halt nicht, Denk mit Denken. Aber jetzt werden wir da schon, werden wir schon mit Denken. Ok, 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 ok. Ah ok, es ist, es ist nicht schlecht, ich bin fast erster Juhu Juhu. Also ich, möchte halt auch den Leuten ein bisschen ausgerufen. Shit! Schon wieder Fehler gemacht. Vielleicht, muss ich nach rechts abbiegen, wer weiß, vielleicht ist rechts besser. Sieht aber schon mal gut aus, oder? Oh ja! Nein! Es kann nicht sein, es kann nicht sein! Und von Leuten, komm schon! Nee. Zu viele Fehler. Also wir müssen nach links. Wir müssen es nur mal zocken. Ja, also, also die sagen, ähm, wenn der Kontext, wenn die Leute vom Kontext nichts verstehen, dann macht es einfach keinen Sinn. Da war richtig jetzt der Kontext. Oh, Brüder wieder. Ah, ok. Mist. Es ist zu schaffen, ne? Es ist zu schaffen. Ich habe bei GameMoft nachgefragt, wir haben wieder geschrieben gehabt, es ist so gemeint, empfohlen daran, das ist das Minimum, was du haben musst, äh, wenn du das nicht schaffst, dann hast du Fehler gemacht im Game. Also, es kann nicht sein, dass die so und so schreiben, naja, wenn die doch schon schreiben, dann könnt ihr davon ausgehen, machen die das auch so. so. So, jetzt muss man mal schauen. Dürfen keinen Fehler machen, oder müsste es funktionieren? Ah! Verfluchter Mist! Ich wusste es! Ja. Ich wusste es! Fast viel auf 3! Fast viel auf 3! Ne? Und deswegen, wenn ich dann jetzt da, führe ich ein bisschen, ihr seht. Hat er gesagt, nach links. Oh, die Box, die machen keine Fehler! Oh! Warte! Ups! Ich hab's gewusst! Oh! Auf! Hauen wir mal! Ah! Habt ihr es gesehen? Ich glaube, da hätte ich reinfahren können. da hätte ich reinfahren können! Ah, Scheiße, Alter! Mist! Komm schon! Shit! Ah, ich wusste es ganz knapp. Zweiter. Scheiße, Alter. Scheißdreck, Alter. Zweiter. Vorher war ich so knapp. Von Anfang an. Komm, noch einmal. Ins Schluss. Das ist vorbei, Alter. Scheißdreck. Oh, shit. Aber das macht dann wirklich Spaß bei Asphalt. Und vor allem mit dem Controller kriegt man keine Sehnenentzündung. Also nicht so die ganz schlimme Sehnenentzündung, die man vielleicht bei den Taschken bekommt. So. So, wo ich mal... ne? Shit 17 anzuwenden? Ja, aber ne, das bringt nichts. Langsam nicht nur. Und scheiße. Ja! Komm schon! Ja! Das ist nicht gesagt! Jetzt muss ich nur noch richtig steuern. Shit! Shit happens! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Scheiße, war wieder ein von mir ein Fehler. Hast du es? So die kleinen Fehlern, die man macht... Wo ist das? Ich wusste, was das ist... Ich wusste, es ist... Wo ist das? Die Box, die machen keine Fehler. Ah! Fuck! Das... Boah, das ist knapp. So, jetzt fahren wir mal durch. Komm schon! Shit! Keine Chance! Ah, shit! Nee, keine Chance! Keine Chance, ich wusste es. Nee, die fahren so fehlaufrei, da bin ich einfach zu schlecht. Zu schlecht. Boah, aber wenn ihr es mal schafft, dann schreibt mir mal rein in die Kommentare von der Zeit, was ihr dort gebraucht habt. Aber ich bin einfach viel zu schlecht. Boah, boah! Da muss ich halt hier passen und dann halt sagen, ja okay, wo kann ich was machen, wo kann ich was gewinnen? Und da versuchen halt, was weiterzumachen. Also dann muss ich hier weitermachen. Fass rollen. Ach, Herr Flucht! Da fehlen mir die Blaupausen. Oh! Ich brauche nur ein Ding! Also könnte ich das hier schaffen? Das habe ich erst jetzt gesehen, ey, ich papp' Nase. Ich habe das gar nicht gesehen. Ja, super! Vielleicht schaffen wir das ja. Fass rollen. Was meinen die damit? So. Einziele, ein Fass rollen. Okay. Ach so! Das meinen die damit! Das sag's doch gleich! Wo was soll ich denn das wissen? Bin ich Hellsehung oder was? Das meinen die damit! Ja, okay, ja, ja. Stimmt ja! 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 Andi, ey! Ja, klar! Ha! Ja! Ich depp, Alter! Hätte man am Anfang an das verstehen müssen, dann hätte ich es mir einfacher gemacht. Na ja, so geht ja halt. Ich bin halt ne Papp' Nase. Also wir machen ja meine Videos Spaß zurück und anzuschauen. Weil bei den anderen, die sind keine Papp' Nasen. Bei mir wisst ihr, ach, die Papp' Nase hat schon wieder was vergessen. Hoffentlich kommt der mal drauf, was er vergessen hat. Ja. Na ja, das ist halt eben Hobbygeber, ne? Du kannst so immer wieder zugucken. So. Und er hat nur irgendetwas... Und das meinen sie Spanien sozusagen auch, wie man das dazu lernt, wenn er in der Papp' Nase ist. Einfach mich nicht immer ernst nehmen und so halt. Aber wirklich so ein Hater, wenn du dich halt nicht ernst nimmst und locker drauf bist, dann haben die Leute halt immer irgendwie Angst von einem. Das ist echt lustig. Aber ich find's lustig, ne? Ah! Shit! Mein Fehler! Aber wenn man so wirklich farmen würde jetzt, ne? Andererseits. Ja. Schon. Komm schon! Du kleiner Wichser, du, nicht mit mir! Das war jetzt gemein. Aber ich war eigentlich nichts weiter. Aber Auto kaputtgekommen von dem und yes! Das ist halt eben Asphalt. Ich glaube, wir können mit X weiter. Ah, okay. Ich dachte, wir können sofort. Ja, irgendwann nicht. Ich dachte, wir können sofort zum Level arbeiten. Es wäre nicht schlecht, wenn Gaming oft das einstellen, wenn man das einstellen könnte. Ich habe dieses Auto favorisiert. Favorisiere ein Auto und dieses Auto, das ich favorisierte, das wehst du immer, bis ich ein anderes Auto habe, was favorisiert ist. Dann würde ich es noch schneller nehmen. Ah, okay. Okay, okay. Schauen wir mal. Welche Strecke muss ich abfahren? Welche Strecke ist jetzt kurz oder? Oh, nein! Nein! Das war eine riesengroße Fehler. Wenn ihr solche Fehler macht, dann seid ihr erledigt, meistens die Bots ein bisschen knallhart. Und... Und... Schauen wir mal, ob ihr den Fehler noch hinkriegt. Ah! Kriegen wir es denn? Kriegen wir es denn? Komm schon, komm schon! Ah! Scheiße! 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 Ich wusste es! Ich wusste es! Ich krieg's nicht hin! Ah, nee! Keine Chance! Nee, keine Chance! Fuck! Gescheitert! Ganz knapp! Habe ich es schon gesehen, aber dann war es schon zu spät. Also einen Führerschein machen ist gar nicht so einfach, weil du musst ja, du sagst ja, du darfst keine Fehler machen, weil dann sieht man ja, wo man Fehler macht und es erledigt. Aber wir können uns aufrüsten jetzt so ein bisschen. Also die Beschleunigung können wir nicht mehr, handeln können wir, Nitu können wir, ja, Nitu ist immer gut. So, ob uns das was bringt. Also ein bisschen vielleicht Nitu blick uns da. Am vollen Rang 1064, oh Scheiße! Jetzt haben wir hier vertrangen. Ha! Nicht, dass ich wieder hoffnungslos zocke und hier merke ich, du Arschloch! Andi, du kannst den Rang nicht dafür! So, dann schauen wir mal die nächste Strecke abfahren. Ah! Ich hasse sowas! Das sind Fehler! Aber ich muss das abfahren, da kann ich mir Fehler glauben. Mach das immer so, einfach rocker, relax! Wenn ihr Fehler macht, einfach schauen, wo die sind die Ränder, wo könnt ihr was abfahren, wo könnt ihr nichts abfahren. So wie hier, wo ihr merkt, ah ok, da kann ich was abfahren, da kann ich nicht. Und dann macht ihr halt erstmal ein paar Fehler, 3, 4, 5 mal siegeneinander oder 10 mal, was mal 20 mal sein muss. Aber man wisst ja, ok, jetzt weiß ich was ich abfahren kann und beim nächsten Mal, da fahr ich nicht gegen die Wand. Ha! Nein! Echt jetzt, oder? Oh Mann! Der hat gesessen! Da fahr ich nicht gegen die Wand. Nope! Und ich war Oma Simpson, nein! Ja! Super! Ah! Interessant! Das hab ich nicht so gesehen. Dann kannst du dich halt mal was verkürzen, ne? Ok. Also, weniger Fehler machen und dann wird's besser. Dann müssen wir's nochmal abfahren. Ah, das ist so krass! Super! Da hätten die auch machen sollen, dass wir diesen Werbung verzichten. Dass man sagen kann, ja, ich favorisiere, äh, nein, keine Werbung. Aber gut, dann musst du dafür was zahlen und dann ist weg. Ah, das ist so und sich nicht. Ok, nochmal. Äh, gell. Na ja, das ist halt eben nicht Marvel. Autorennen! Juhu! Ach verdammt, ich hab wieder nicht geschaut. Ich bin in den Drang. Scheiße! Ich schau halt nie drauf, ne? So sehr selten. So im früheren Asphalt gab's sowas nicht. Nicht in dieser Form. Ein bisschen anders. Zumindest die Gegner waren dumm. Und weil die Gegner so dumm waren, hat man nicht so drauf geachtet. Oh, ja, ja! Komm schon! Komm schon, komm schon, ja! Nicht schlecht, nicht schlecht! Komm schon! Scheiße, ich hab wieder einen Fehler gemacht. Und ich spür da so von den Stieglerwachen. Komm schon! Und ich spür da so von den Stieglerwachen. Schau mal an. Ja, ja, der Computer ist ja auch wie immer halt clever, ne? Wenn ich verrenke, dann, ja, der haut sich selber zurück, ne? Das ist ein bisschen tricky mit dem Computer. Komm schon! Und, ne? Also, das ist tricky, also. Auf der Szene, er kann einfach sich irgendwo platzieren, setzen. Aber er dich platziert nach hinten. Also, es ist im Endeffekt Cheaten. Aber, dass die KI das macht, ist ja klar, ne? Weil, wenn du kaputt gehst, setzt du dich nicht nach vorne, vorne so. Sondern du gehst und du hast nach hinten gesetzt, im letzten Rang. Na ja, ne? Also, so merkt man halt ein bisschen die Firmen Tricks, ne? Die könnten das auch anders programmieren, aber sind sie nicht so schlimm wie bei Kebäm. Kebäm ist wirklich grausam. Ne? Aber gut. Jetzt noch mal kurz die Hand. Kann halt was mit dem Hersteller zu tun. Der Hersteller sagt sich, ja komm, ich hab da schon, äh, schon, äh, so viel schon Fairness eingebracht. Ach du Arsch, lass mich doch um eine Trillionen Milliarden verdienen. Auch wenn ich nichts davon hab und so. Ist halt eben... Hei, Güte. Schockweil, aber scheiße. Solang es nicht zu unfair ist, dann ja. Ach, das sind die Schockwellen. Verstehe. Okay. Okay. Das wird natürlich schwieriger, aber wir versuchen es zu schaffen. Aber wir werden sowieso verlieren, weil ich muss das abfahren hier. Immer abfahren. Immer. Weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wo oder wie die fahren, ne? Was der Computer so, ähm, welche Vorteile er ist. Es ist immer ein bisschen anders, ne? Also die ändern das ein bisschen. Immer passen sie es an. Habe ich dann erfahren von dem. Ein bisschen, weil wir ja, okay ja, wir passen uns an. Ich sage, okay ja. Super. Gut zu wissen, dass sie es anpassen tun. Und die Kai, die ist, die trickst einfach. So. Und da ist halt die Kunst, dass die Kai trickst. Und was ist die Kunst darin? Mit der tricksten Kai zu gewinnen. Also wenn ihr da gewinnt, obwohl die Kai trickst, dann ist halt ihr gut. Also die Kai kann man nicht haben, oder? Wie ihr gesehen habt. Kann man schaffen. Die Kai ist ja nicht der böse Sicht. Auch wenn sie ein bisschen trickst. Sondern es ist der, der da vor dem Controller hockt und zocken tut. Ja. Also hier Selbstzeit, je nachdem. Ja seht ihr, haben wir geschafft. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier weiterkommen. Ja. Ja. Bringt uns aber irgendwie auch gar nichts. Wirklich gar nicht. Ah. Okay. Ihr. Ach scheiße. Erwerbt die Blaupausen, die wir warm um ihn. Ah. Ja. Um vorne Rang. 948, ja. Die Blaupausen. Das ist scheiße, oder? Es gibt gewisse Events, oder wie man teilnehmen kann. Verstanden. Ich kann ja sowieso nicht fahren, oder? Ja. Ist das jetzt... War ich da Teilnehmen, oder nicht? Nee. Keine Chance. Naja. Es ist egal. Dann haben wir es soweit geschafft. Ich würde mal sagen, das war es erstmal wieder. Ähm. Ja. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal, ja. Vielleicht tue ich mal fortzocken. Vielleicht komme ich da weiter. Ja. Aber vorerst... Das war es erstmal.